Danke. die denn die stehen dahinten schmölek 1 1 1 ruf nummer 1 falsch und blub fährt 2 harry floppy und co 3 attrax 4 so dann abfahrtbereitschaft herstellen und melden nach der reihe 1 ist abfahrtbereit 2 ebenfalls 3 fertig 4 abfahrtbereit 6 fertig 7 fertig 8 bereit 9 bereit 10 fertig 11 bereit das letzte dann an alle opz konveimarsch bis wegpunkt 1 abfahrt 1 fährt so dann noch mal an alle hier opz zu allgemeinen haltebefehl wenn halt befohlen wird ich warte den leuten nicht hinten auf die stoßstange auch vorne um die rang geschütteln muss wie id oder sonstigen hindernissen dann haben sie ein riesen problem also ein bisschen abstand halten beim halten und beim fahren ebenso so konveimarsch 1 volt so konvoi rollen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020